Was sind eigentlich C-Sätze im Französischen und wie bilde ich diese? Das und vieles mehr erfährst du jetzt in diesem Video. Hi, hier sind Tobi und Gabriel von Language Knowledge. Und wenn du dich nur für einzelne Themen interessierst, siehst du hier, wann wir diese behandeln werden. Doch was sind C-Sätze überhaupt? C-Sätze sind Bedingungssätze. Das heißt, sie beschreiben etwas, was passiert, wenn eine andere Bedingung in Erfüllung geht. Im Deutschen würde man das mit wenn machen und im Englischen mit if. Doch leider gibt es nicht nur eine Art von C-Sätzen, sondern gleich drei. Diese unterscheiden sich erst einmal in reale Bedingungen und irreale Bedingungen. Ein Beispiel für eine reale Bedingung ist, wenn du willst oder wenn das Wetter gut ist. Ein Beispiel für eine irreale Bedingung ist, wenn ich du wäre oder wenn ich mehr Geld hätte. Des Weiteren gibt es noch eine weitere Unterscheidung bei irrealen Bedingungssätzen. Einmal die, die sich auf die Gegenwart beziehen und die, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Das ist alles. Und wenn du jetzt noch mehr Informationen zu den einzelnen C-Sätzen suchst, findest du jetzt rechts oben eine Playlist, in welcher jeder Satz noch einmal genauer erklärt ist. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angesehen hast. Doch eine Bitte hätte ich noch. Und zwar, da es unsere Vision ist, dir mit unseren Videos so schnell es nur geht weiter zu helfen, benötigen wir dein Feedback. Was wir noch besser machen können, in Form von einem Kommentar. Vielen Dank auch dafür. Vielen Dank.